Ich nehme alles zurück. Da steht ja auch da gebratenes Hühnchen. Okay, dann gehen wir wieder nach unten. Und zwar, wo war das unten? Ich glaube hier war das unten. Da haben wir uns ja schon was vorbereitet. Hier war das unten. Wo ich einfach nur mit der Hexe zu dumm war. Also nicht zu dumm. Ich war schon erschrocken. Aber ich sag mal so. Tränke mich mit Goldapfel heilen. Das war schon ziemlich dumm. Ich glaube ich werde den Peler nie wieder machen. Das steht fest. Die Frage ist. Wo hier was ist. Weil das Problem ist. Das ist ein Mien-Schacht. Da kennt ihr das Problem. Dass die Monster schön von oben runterputzen können. Hier werde ich gucken. Dass ich schön von oben auch nochmal Licht anbringe. Hier haben wir Eisen. Enderman. Da oben steht der Zombie. Da könnt ihr jeden Moment runterputzeln. Okay, okay, okay. Wir machen uns mal in die Fäge drüben. Noch ein paar Tore. Dann brauchen wir hier etwas normales Holz. Ich finde das mit den Toren eine sehr gute Idee. Okay. Dann brauchen wir zwei. So. Okay. Wir sind ja eh dreier. So. Okay. Wir sind ja eh dreier. Ja. Okay. Komm gut. Sagt nix. Sagt nix. Sagt nix. Sagt nix. Sagt nix. Also. Am besten nix sagen. Oh man. Jetzt macht mein Jucker Pult. So. Letzt raus. Need ainin. Oh. Get's. Spider. So. ... Uant ist ein Blas. Ina. Bop. Eh. Wollfe hole. Now. NaJa. Oh, du jachst mich gerade mit Angst ein. Ich mach auf damit. Auf mit dem Scheiß. Geräusche, gerade unsere Kopfhörer, das sind einfach nur ein paar Zwei. Ich meine, wenn wir keine finden, dann finden wir halt keine. Hm, ich höre hier überall Monster. Das mag, wie gesagt, nicht gefallen. Okay, müssen wir durch. Gut, auf der Seite gibt es nichts interessantes. Okay, du hast eine schöne Rüstung dabei. Komm her. Komm her, gib mir die Rüstung. Jetzt muss ich doch mal gucken, was das für ein Rüstungsteil ist. Denn das ist verzaubert. Guck mal mal. Okay. Ja, ist aber schon ganz schön kaputt. Oh, schade. Oh, ich hab hier Party auf den Ohren. Auf volle Kanüle. Enderman. Nicht angucken. Manchmal geht es ja leider nicht anders. Dann hat man ihn leider angebobt. Das ist hier. noch eine schlucht eine schlucht in einer schlucht okay warum denn nicht okay das mag mir hier nicht gefallen ja ok oben ist der enderman ja was machen wir gehen wir hier wirklich weiter ich habe angst dass mich hier irgendwie ein skelett drunter schießt wir lassen uns mal hier an der stelle sein da gehen wir mal später noch mal hin wir haben hier eine basis tun wir mal die andere höhle abklappern wenn wir jetzt wieder hier hochgehen denn wir hatten ja noch viel viel mehr höhlen was denke ich mal eh alles an die knüpfen tut gehen wir mal die andere seite lang ich denke mal das wird uns nichts bringen ich denke mal wir kommen da auch da hinten raus aber vielleicht an der andere höhle abmachen wir haben das kran wo haben wir den kran hier nehmen wir die seeds nehmen wir die wieder hier her nehmen wir das auch rein das war nicht wirklich gut du bist gut ne ich auch nicht okay so kann ich mir eigentlich auch goldene karotten machen schreibt es mal in die kommentare denn goldene karotten heilen ja glaube ich auch aber da möchte ich mich an euch halten was ihr sagt wenn ihr sagt ja darfst auch goldene karotten machen dann sagt es dann dann sagt es schreibt es in die kommentare ja das ist dieselbe okay dann ist hier drüben auf dieselbe ja genau okay das sind dieselben also wenn ihr dafür seit goldene karotten okay golden golden goldene thotion schreib ich weiter genau das ist das nächste das wir jetzt mal abklappern Wasser um die Ende, gehen wir hier hoch, ja das ist ja recht klein, aber das Eisen nehmen wir uns wie gesagt verlinkt, vielleicht kurzen wir mal wieder auf Gold, am besten nicht auf so eine Goldart wie am Anfang, ich bin so einer, der redet nicht gerne über Themen, das ist euch bestimmt schon aufgefallen, ja also, deswegen werdet ihr sehr selten Themen hören von mir, ich meine, wenn ihr Themen vorschlagen tut, dann wäre es was anderes, ist das nur so laut oder denke ich, dass nur Musikgeräusche, ist eigentlich recht leiser, keine Ahnung, was hier so laut ist, warum es so laut ist, kommt her, ich nehme euch alle Töten, etwa ist hier Party, hier ist richtig Party, oh, ist da ein Spawner, wäre natürlich schön, ne, mal so ein schön klein, aha, das ist die Schlucht von, oh, Ben, Alter, hör doch auf, mir so ein Schreck hier einzujagen, wo kam das her, wo ist hier ein Skelett, wo bist du, aha, da drüben ist das Skelett, ich werde nur mal einen Bogen basteln, wie ging das, wie ging Pfeile, äh, ich muss mal gerade überlegen, Bogen, brauche ich glaube ich, Spin Seil, das habe ich doch nicht, ja jetzt weiß ich, wie du mit dem Bogen geht, habe ich Spin Seil, also Spin Seil, also Spin Seil, wo ging es denn jetzt hier hoch, hier ging es hoch, hier ging es hoch, ja, ich muss mal kurz in der Kiste gucken, ob wir Spin Seil haben, wegen dem Skelett, weil wir alles schon gut, wenn wir hier irgendwie mal, bisschen, scheiße, wir haben keine Pfeile können wir uns machen, dann müssen wir mal ein bisschen spinntöten gehen, ja, das ist natürlich jetzt hier nicht so toll, ach so, wir nehmen mal die Bäume mit, wir pflanzen uns mal ein paar Bäume schon, hier haben wir die hin, hier haben wir die hin, so, ich hoffe natürlich, dass wir wieder mal ein bisschen Gold finden, sind wir angearscht, da können wir uns auch keine goldenen Karotten machen, ja, weil, wenn wir nichts finden, dann hat sich das Thema auch schon vergessen, dann, ähm, ja, das nervt mich ja überhaupt nicht, das nervt mich ja überhaupt nicht, so, wir haben die sechs Bäume hier, so, Bäume schon einmal gesetzt, ja, und jetzt schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Äpfel hier rausholen können, ansonsten war es das hier, die Aufnahme sowieso, denn das Skelett hat mich jetzt so erschrocken, so spannend war es eigentlich jetzt nicht die Aufnahme, außer halt vielleicht das mit dem Gespräch da, dann wird es eh wieder dunkel, ähm, ja, dann wird es eh wieder dunkel, ähm, ja, sieht lustig aus, auf der Seite ist doch Sonnenuntergang, auf der anderen Seite nicht, gut, ähm, gut, ähm, in die Höhlen, aber dann in der nächsten Aufnahme, liebe Leute, ne, dann reicht für die Aufnahme, dann, da kann ich eine Folge drauf schmeißen, und wie gesagt, schreibt mir an die Kommentare, ob ich auch goldene Karotten machen darf, das liegt an euch, und ich finde es schade mit den Rüstungsteilen, das ist ja, Haltbarkeit 1, aber total Schrott, ja, die tun wir uns mal hier rein, die wollen sie eins an denken drauf, und dann machen wir uns mal hier noch ein bisschen leer, die Zäune, die wir eigentlich nie, äh, ja, gebraucht hätten unten, aber vielleicht oben, mal schauen, wir haben noch ein bisschen Eisenherz, das tun wir mal hier noch mit rein, das Eichen raus, oh ja, was ja wieder einiges zusammengekommen ist, und irgendwie Gold, Goldproblem, ja, etwas Goldproblem, haben wir gerade, aber okay, und wir brauchen Spinseider, für Bogen, ich glaube, Spinseider, ja, brauchen wir nachher unten Stickies, und dann, können wir uns den Bogen machen, ja, so, ich werde jetzt auf jeden Fall ins Bettchen gehen, denn wir haben es um drei Viertel und drei, ja, wir haben noch Mente, die Viertel rauskommen, und dann, ich verabschiede mich jetzt, und sage Winke Winke bei mir, und schau, bis zum nächsten Mal, bei Minecraft, Ultra-Hotcore, Tschüss. Musik 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 Musik